ja hallo meine lieben freunde herzlich willkommen auf meinem kanal zu einem neuen video heute sind wir mal in Frankfurt oder am Oder Spielplatz und werden da Graffiti entfernen weil ich hab mal gesehen das sieht ja hier ganz schön bekrackelt aus und das ist ja natürlich richtig doof weil wenn jetzt hier jemand neu in der Stadt ist und hier kommt so wo bin ich denn jetzt kann ich gar nicht sehen ja und das liebe freunde werden wir heute sauber machen damit auch neue leute die hier in Frankfurt oder wo sie reinkommen auch wissen wo sie hin müssen und los so ja 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 so meine lieben freunde wir sind jetzt fertig wir haben jetzt alles sauber gemacht so gefällt mir das schon viel besser das war es mal wieder mit einem video auf meinem kanal lasst ein like und ein abo da und wir sehen uns beim nächsten mal